Hallo ihr Lieben, schaut mal was Schönes gekommen ist. Ich habe euch ja gesagt, dass ich euch zeige, was ich mir so Schönes bestellt habe. Und es ist natürlich mehr geworden, als ich wollte, aber ich denke mal, so geht es den meisten. Wenn ich ein bisschen komisch klinge, es tut mir leid, vor zwei, drei Tagen hat es mich niedergerafft. Warum auch immer. Bei meinen Eltern konnte ich mich da ein bisschen umsorgen lassen, weil wir noch bei meinen Eltern waren. Und das hat mich quasi genau erwischt, wo wir hingefahren sind. In der Autofahrt wurde es dann immer schlimmer. Ich hoffe, die Rechnung liegt jetzt nicht oben. Ich muss mal kurz gucken. Nein, okay. So. Ich glaube, ich stelle die Kiste der Seite. Ja, und seitdem habe ich so ein bisschen... Wie wurde ich so nett von mir gedisst? Beziehungsweise gehänselt. Gehänselt klingt doof, ne? Aber ich hätte angeblich einen Männerstupfen. Nein, ich habe keinen Männerschnupfen, sondern ich bin so selten krank, dass ich einfach gepflegt, gehegt werden möchte. Oh Gott. Jetzt bloß kein Mitleid. Nein, ich will keinen Mitleid erhaschen. Überhaupt nicht. Aber das erklärt halt meine komische Stimme heute. So. Ähm. Ja, ich weiß gerade gar nicht. Scheiße wird was nachgeliefert. Müsste ich jetzt mal auf die Rechnung gucken. Die liegt bestimmt unten drunter. Aber ich zeige euch jetzt erstmal so, was ich gekauft habe. Also, ich fange mal an mit den neuen Stempelkissen. Und ich habe euch ja schon mal nebenbei in einem Video erzählt, dass es Probleme mit dem neuen Stempelkissen, also mit der neuen Incolor Stempelkissen Flieder Probleme gibt. Das kommt vielleicht in ein, zwei Monaten. Ich kann es, ich weiß es nicht. Die wissen es auch noch nicht genau. Die haben gesagt, sechs Wochen geben sie nochmal Bescheid, wie es nun aussieht. Es gibt aber das Zubehör von der Farbe. Bloß mit dem Stempelkissen und mit dem Nachfüller sieht es irgendwie schlecht aus. Aber ich habe mir schon mal die anderen Incolors bestellt, weil ich die doch wirklich, wirklich schön finde. Das hier ist Pfauengrün. Moment, ich gucke mal drüber, dass ihr mir das auch schön seht. Seht, Matsch im Kopf. Das ist Pfauengrün, wo ich ja meinte, es sieht aus wie Meeresgrün. Haut nicht ganz hin. Pfauengrün ist blauer. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Sehr, sehr schön. Dann Rokoko Rosa. Auch sehr hübsch. Ziegelrot. Bin ja eigentlich nicht so der Rottyp, aber kann man ja immer mal verwenden. Und Rauchblau. Wie gesagt, Flieder wäre schön gewesen, aber das kommt noch. Da wird es halt später nachbestellt, meine Güte. Ist ja auch nicht schlimm. Auch sehr schön. Ich gucke mal, vergleiche mal mit Babyblau. Da seht ihr mal den Unterschied. Ihr könnt das mal so sehen. So. Das sind die neuen Incolors. Ohne Flieder. Als Stempelkissen. So, dann habe ich mir, weil ich ja gesagt habe, dass es mir letztens ausgegangen ist. Ich habe mir meinen Leinfaden wieder neu bestellt, weil ich den ja wirklich öfter verwende für meine ganzen Basteleinen. Und ich den wirklich, wirklich schön finde. Sieht ein bisschen dünner aus. Sie kann nichts täuschen. Ich habe ja hier noch einen Rest. Nein, das ist der letzte Rest. Genau, deswegen habe ich es mir nachbestellt. Ich hoffe, es blendet euch nicht zu sehr. Dann haben wir hier... Ach ja, das ist von dem ganzen Paket. Ich glaube, das packe ich mal alles zusammen, dass ich das zeigen kann. Also, ich habe euch ja gezeigt gehabt... So, ich habe mir mal schnell den Katalog geholt. Ich habe euch ja gezeigt gehabt, dass es ja diese großen Sets jetzt gibt. Und ich habe mir jetzt dieses ganze Set bestellt. Vintage Flair, weil ich das so schön fand. Wirklich das Komplett-Set. Ich bin gespannt. Die Stanzen sollten nachgeliefert werden. Die Prägedinger. Mal gucken, ob es jetzt hier mit drin ist. Ich habe da nicht mehr durchgesehen, ob und wann. Mal schauen. Das packe ich euch gleich mal alles zusammen zum Zeigen. Das war ja auch aus einem Komplett-Set. Aber da fand ich ja diese Blumen so schön, was ich euch erzählt hatte. So, ich habe sie gefunden. Und zwar... Das sind die beiden Rollen, die ihr im Set zusammenkriegt. Und dann könnt ihr aus diesem hier diese Blumen machen. Und das fand ich ja so schön. Dann musste ich mir das jetzt unbedingt bestellen und ausprobieren. Das ist zumal auch kein Weiß, sondern das ist Vanille Pur, glaube ich, hier unten. Also so beige-ähnlich. Und sowas hier oben mag ich ja sowieso mit Schrift. Ja, fand ich toll. So. Dieses. Dann, das zeige ich zum Schluss. Ach, hier haben wir übrigens die Rechnung. Da gucke ich dann später mal drauf. Ich hatte ja... Na, das zeige ich dann. Ich bin ja über den Preis hinausgeschossen. Was haben wir hier so Schönes? Genau. Die Magnolien. Oh, schön. Jetzt habe ich wieder einen großen Gummi. Das ist toll. Mir haben es ja die Magnolien auch angetan. Dann musste das Stempelset jetzt unbedingt mit. Ich hatte überlegt... Nimmst du das ganze Set? Ne, das war mir dann zu viel auf einmal, weil ich ja das andere Set schon genommen habe. Dann habe ich überlegt, was nimmst du dann aus dem Set? Und definitiv die Stempel und das Papier. Aber ich wollte eigentlich noch die Stanze haben. Die habe ich dann, glaube ich, rausgenommen. Weil ich mir ja meistens, wenn ich bestelle, ein Limit setze und dann auch nicht wirklich drüber gehe. Bin ein bisschen drüber, glaube ich. Aber so, was ich mir im Kopf gesetzt habe. Und das musst du unbedingt mit. Diese große Magnolie. Mit den schönen Sprüchen dazu. Ja. Genau. Fand ich wunderschön. Die Magnolie. Ihr seht mal, wie groß die ist. Also das ist schon... Das ist schon ein Knaller, wie riesig die ist. Also die ist eigentlich fast handgroß, würde ich meinen. Wow. Finde ich echt toll. Finde ich richtig, richtig toll. Und ich bin so, also nicht gespannt drauf, sondern ich freue mich aufs Basteln. Ihr kennt das vielleicht, wenn man sich was Neues bestellt hat und die Sachen dann noch nicht da sind. Man hat dann so das Gefühl, hm, was kann ich denn jetzt mit den alten Sachen noch basteln? Total bekloppt. Ich weiß. Aber manchmal, hm, gerade wenn es ganz neue Sachen sind. Ich bastle natürlich auch noch mit meinen alten. Es ist ja nicht so, dass ich die jetzt beiseite lege. Ähm, ich habe Asche auf mein Haupt. Und ich haue mir selber dafür auf die Finger. Ich habe gesagt, ich bestelle mir keine englischen Stempelsets, weil ich damit nichts anfangen kann. Ich bin aber eingeknickt, weil ich diese Hintergrundstempel so schön fand und mir dachte, ach komm, benutze halt die englischen Stempel nicht. Gibt es vielleicht noch jemanden anderen, wenn der die haben möchte. Oder lässt du halt einfach links liegen. Hauptsache, du hast die Hintergrundstempel. Das ist das, wo ich ja so sagte, dass mir das so gut gefällt, weil ich stehe halt auf die Schrift. Diese, hm, diesen Rahmen quasi und diese Blätter. Und hier oben das. Ich fand das so, so schön. Grat, die Blätter haben es mir echt auch angetan. Also das so in Kombination. Ha, deswegen habe ich jetzt mal eine Ausnahme gemacht. Ich denke mal, das wird auch die einzige bleiben, weil ich ja, wie gesagt, mit denen nichts anfangen kann. Und, ja, Very, der Salz. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich hoffe. Das sind auch Gummistempel. Gummistempel sind ja eigentlich immer ganz schön. Blödes, nur man kann nicht durchgucken. Na, aber, meine Güte. So, Arsch auf mein Haupt. Dann, ihr wisst, ich und Tiere und ich fand dieses einfach zucker, zucker, zucker süß mit diesem Vögelchen. Frei wie ein Vogel. Na, auch Gummistempel. Ich fand, ne, allein wie die hier drauf sitzen, der eine Piepmatz, wie die gezeichnet sind und die Sprüche dazu sind diesmal auch, ähm, sieht aus wie Schreibmaschine so ein bisschen. Dann handgeschrieben, dann beides zusammen. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Also, sehr, sehr niedlich. Bin gespannt. Kann man ja mit vielen Sachen kolorieren. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Schauen wir mal, was wir da Schönes draus machen. Dann dachte ich mir, komm, du brauchst mal wieder Blumen. Habe ich mir Florale Freude bestellt. Ich glaube, das ist auch aus dem Komplettset, glaube ich. Ja, ich denke schon. Hierzu gibt es ja die Stanze, ne, die gibt es ja noch. Und ich brauche da einfach mal wieder Blumen. Und die Stanze gibt es ja auch. Ich glaube, die beiden. Ich brauche da einfach mal wieder Blumen und fand die eigentlich ganz hübsch. Werden wahrscheinlich nicht die einzigen bleiben. Mal gucken, was ich mir in den nächsten Monaten noch bestelle. Ist ja meistens nicht nur eine Bestellung, ne. Aber man kauft ja nicht alles gleich zum Anfang. Also, ich nicht. Ja, das sind diesmal Klarsichtstempel. Und, ja, werden wir sehen, was wir da Schönes machen. Aber Blumen kann man ja immer gebrauchen. Genau, das war dieses Set hier. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, weil ich überlegte, ich habe mir doch noch was aus dem Set gekauft. Und zwar dieses Papier. Dieses, wie, äh, na, Ölmalerei ist es, glaube ich, ne. Deswegen, das Set, also das und das Papier. Moment. Doch so viel Papier geworden diesmal. Das ist meiner Meinung nach dieses hier. Genau. Das heißt, ich sage es euch gleich mal. Florale Träume. Und ich mache das jetzt auch mit euch auf. Ich packe das ja eh um in diese LP-Hüllen. Falls da jemand nochmal fragt. Das, also wo ich mein Designerpapier reinmache. Ich habe ja kleine und große LP-Hüllen. Gibt das einfach mal bei Google ein. Und, wo ist jetzt der Schniegel? Ach, ne, gibt's nicht. Gut. Gibt ein extra Blatt, das finde ich gut. Und gucken wir jetzt mal und so schön... Oh. Das hat einen eigenen Geruch. Das riecht sogar ein bisschen wie Öl, finde ich. Also einmal dieses, beziehungsweise zweimal dieses. Machen wir erstmal die Seite. Und dann zeige ich euch die Rückseite. Das wird wahrscheinlich dann wieder schön einfach sein. Ist ja meistens so. Dieses hier. Jetzt kommen gerade die Kinder heim. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Noch mal die Tür zumachen, weil es so warm hier drin. Oh, das ist wieder so brechend warm bei uns. Gestern hat es ja geschüttet. Das war nicht schön. Ich habe mich für die Pflanzen gewollt. So, doch mal ein bisschen die Tür rangemacht. Oh, ist trotzdem noch laut. Es tut mir leid. Diese sind auch sehr, sehr schön. Ich mag diese Farbkombinationen zwischen Blau und Lila sehr gerne. Und das Ganze nochmal in hell. Auch sehr hübsch. So, andersrum. Nein, okay, doch nicht wesentlich einfacher, sondern Gräser. Oh, nein, okay. Doch nicht einfach. Ich nehme alles zurück. Sehr, sehr hübsch. Sind das natürlich alle schon im Katalog gesehen. Aber wenn man das so sieht, das ist ja immer nochmal was anderes. Ihr kennt das ja. Oh, das ist schön. Oh, schön. Also manchmal könnte man sich die wirklich... Also ich glaube, ich sage das bei jedem Auspackvideo. Das meine ich mit einfach. Dass man sich manche... Ja. Dass man sich manche wirklich einrahmen kann. Und sich direkt als Bild hinhängen kann. Also das ist meine Meinung. Da waren jetzt ja schon wieder Sachen dabei. Dann, weil wir bei den Magnolien waren. Ich wollte aber nicht kramen. Hier haben wir das Designerpapier zu dem Magnolienstempel. Gucken, was da so schönes ist. Schwarz ist ja... Okay, das ist eins. Schwarz ist ja immer so ein bisschen schlecht zu kriegen, ne? Das Designerpapier. Sehr schön. Ist das Olivgrün oder so? Oder Waldmoos? Sieht sehr hübsch aus. Streifen. Streifen gehen immer. Das sind die auch sehr hübsch. Ah, okay. Äh, doch alles zweimal. Bloß diesmal gemischt. Also, ne? Wir wissen schon, wie... Dann machen wir hier einfach die Rückseite. Das heißt Magnolienweg. Dann machen wir hier von die Rückseite. Dann haben wir dann einmal alles gesehen. Ich gucke dann auch gleich nochmal, was das für Farben sind. Schwarz, Espresso, Waldmoos, Blütenrosa, Safran, Gelb und Flüsterweiß. Ach, Waldmoos. Hatte ich doch recht gehabt. Und Streifen. Sehr, sehr, sehr schön. So. Wirklich sehr hübsch. Aua. Tut mir leid, tut mir leid. Ich wollte hier keinen Lärm machen. So, was haben wir hier noch? Hier unten ist eine Stange, eine Prägeform. Ich weiß nicht welche. Also wird doch eine nachgeliefert. So, was ist das jetzt hier? Das ist Designerpapier. Blüten der Erinnerung. Ach, das gehört hierzu. Das gehört zu diesem Band. Genau. Das ist schon wieder vergessen. Blüten der Erinnerung. So. Dieses. Zweimal, dreimal, viermal. Okay, viermal. Das ist dünner, das Papier. Das andere hatte normale Stärke. Also, das heißt normale Stärke, weil ihr wüsst schon, ne? Das ist dann etwas dickerer und das ist hier so ein bisschen dünner. Hier kann man schön die einzelnen ausschneiden. Das ist sehr, sehr hübsch. Hier oben auch so eine Borte. Gräser. Oh, das Blaus. Das knallt. Das knallt, ja. Ich weiß nicht, was das sein könnte. Hübsch. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Cool im Sommer. Dann haben wir hier... Oh. Ja, sowas mag ich. Sowas mag ich wirklich gerne. Und sowas hier auch. Das ist wie aus dem Buch. Dann einmal Leinen. Auch sehr hübsch. Auch hier Noten. Holz. Holz geht immer. Und nochmal was aus dem Buch. Sehr schön. Sehr, sehr hübsch. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob man... Welches... Savanne, Osterglocke, Merlot, Rot, Wald, Moos, Marineblau. Fahnengrün, Rock, Rose, Windleder, Vanillepus. Marienblau, so knallig, ja. Okay. Na gut. So. Das war dieses. Jetzt... Dann haben wir hier... Porträte. Nein, das ist doch das. Bin ich der Meinung. Okay, jetzt war ich gerade verwirrt, weil, wie gesagt, es stand da, dass zwei Sachen nachgeliefert werden. Das haben sie jetzt anscheinend doch mit reingepackt. Also wird nur noch eine Sache nachgeliefert, wenn ich das jetzt richtig sehe. Dann zeige ich euch jetzt mal dieses Komplettpaket. Ja, das war's. Das Komplettpaket. Das ist dieses hier. Und... Ich zeige euch erst mal das Band und ich hoffe, es spiegelt nichts. Das ist dieses... Wie heißt das denn? Bordürenband Vintage Flair. Ich mache das mal auf. Hoppala, komm mal her. So. Und... Oh, das fühlt sich schön an. Oh, das fühlt sich ganz toll an. Also das könnte man sich sogar an irgendwelche... Ähm... Ja, irgendwo ran nähen. Das würde auch sehr, sehr schön sein. Doch. Die Farbe könnte ich auch nicht definieren. Das ist so grau, braun, gold, silber. Also es ist... Wirklich sehr, sehr hübsch. Ja. Fällt mir sehr gut. Wie viele Meter sind denn das? 4,6 Meter. Ja. Sehr schön. Dann dazu die Pailletten. In den In-Color Farben. Die sind ja auch wunderschön. Guck mal her. So sehen die aus. Ich finde die toll. Diese Farben, die ergänzen sich auch wunderbar miteinander. So. Dann das Stempelset, weil das gerade hier so schön liegt. Finde ich auch klasse. Also ich stehe hier wirklich auf so Hintergrundstempel. Habe aber eigentlich nicht viele. Und die Schrift, diese Schreibschrift finde ich auch toll. Das sind wieder Gummistempel. Und ja. Wie gesagt, ich denke mal nicht, dass es die letzte Bestellung ist. Weil ich ja einige Sachen aus dem Warenkorb rausgeholt habe. Und die werde ich mir dann wahrscheinlich nochmal in den nächsten Monaten nachbestellen. So. Und hier war ich ja so scharf drauf. Auf diese Stanzform. Jetzt kriege ich das nicht auf. Okay, Moment. So. Weg. Eine neue Verpackung. Anscheinend. Weil sonst sahen die ja eher so aus. Und so. Ihr hört das. So griffelig. Also so. Ihr kennt das bestimmt. Das ist diesmal glatt. Und. Auch hochkant. Obwohl. Stanzform. Waren die jemals in so ein Dingern drin? Weiß ich gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Die waren doch sonst anders verpackt. Die waren doch sonst. Genau. Die waren doch sonst einfach in so einer durchsichtigen Verpackung. Mit dem Schniebel hier. Und dann dem. Na ja. Ich mach's erst mal auf. Ich bin schon wieder. So. Hoppala. Ach, es sind doch Stanzen. Das irritiert mich jetzt. Ich habe das dumme Gefühl, dass mir das falsche geliefert wurde. Das ist aber schade. Aber das finde ich sehr, sehr schade. Das habe ich nicht bestellt. Deswegen. Ich habe mich jetzt auch ehrlich gesagt gewundert. Ich wollte. Also. Das Set. Hier sind 3D-Prägeformen. Porträtrahmen drin. Das sind ja diese hier. Und das sind ja einfach nur Stanzen, die mir so ein Oval und ein Viereck ausstanzen. Das habe ich nicht bestellt. Nein. Definitiv nicht. Stanzform. Porträtrahmen. Nein. Das haben sie verwechselt. Schade. Ah. Schade. Schade. Na ja. Gut. Das. Da muss ich den Support mal anschreiben. Zurückschicken. Schade drum. Aber nun gut. Kann mal passieren. Jetzt kriege ich das nicht wieder zu. Egal. Dann nicht. Ah. Das kann passieren. Das kann passieren. Dann fehlen doch wirklich noch zwei Sachen. Dann sind das noch zwei Prägedinger, die fehlen. Prägefolder. Also. Einmal diese Porträt und die Schrift. Ne. Diese Schrift. So. Und hier das. Das Designer-Porträt. Hier. Hier vorne gibt es zwei. Gibt hier noch Platz. Schön. Das ist dieses Rauchblau. Hört mich so ein bisschen an Zirkus. Das ist das Flieder. Ja. Das ist ein Stempel. Das wird schön. Oh. Das ist aber hübsch. Das ist das Pfauengrün. Heißt das Pfauengrün? Ich habe es noch nicht drin. Ja. Pfauengrün. Wow. Das ist wunderschön. Oh. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Das ist wirklich toll. Dann noch die Rückseiten. Dann haben wir dieses. Dieses. Das ist das Ziegelrot. Ich werde immer mehr. Also ich finde langsam Geschmack an Rot. gut. Okoko Rosa. Sehr, sehr hübsch. Das dürfte dann Savanne sein. Ich denke mal, das ist Savanne. Sahara Sand ist das. Ach so. Ok. Auch sehr schön. Neutral. Aber auch sehr schön. So. Das war an sich die Bestellung. Ich habe aber natürlich mir noch was aussuchen können, weil ich über den Betrag gekommen bin. Ihr kennt das ja, wenn ihr auf über einen gewissen Betrag kommt, könnt ihr euch dann Gastgeberin-Sets aussuchen. Beziehungsweise könnt ihr euch für diesen Betrag dann, wo ihr drüber seid, Sachen noch aussuchen. Ich habe dann aber Gastgeberin-Sets genommen, weil, ja, wie gesagt, die anderen Sachen kann ich mir ja dann einfach so bestellen. Und für die Gastgeberin-Sets muss man ja einen gewissen Betrag haben. Da habe ich mir zum einen dieses Soft Spring bestellt. Blumenpflanzen. Ne? Fand ich schön. Kann man überall mal hinknallen. Hier mit einer kleinen Libelle noch drauf. Ganz niedlich. Ganz, ganz hübsch. Und auch so in Aquarell-Optik. Sehr schön. Ja, Klarsichtstempel. Einmal das. Genau. Und dieses noch. Das fand ich ja auch sehr, sehr süß. Alles auf Anhang. Ich wollte anfangen sagen. Ne, Anhang. Ne? Und, ja. Finde ich einfach niedlich. Kann man überall mal mit einem anderen Geschenk dranhängen. So ein kleines, äh, ich will nicht Tag sagen. Anhängerchen. Anhängerchen. Genau. Dann habt ihr hier noch so kleine Sprüche dabei. Ja. Und das ist, das ist Gummi sogar. Das ist ein Gummistempel. Süß. Irgendwie niedlich. Also für Geschenke und sowas ist das immer süß. Kann man natürlich auch Karten draus machen. Werde ich wahrscheinlich auch machen. Mal ein Video. Ne? So. Und da ich noch, dann hatte ich noch ein paar Euros übrig. Äh, und dachte mir so, was nimmst du denn jetzt noch? War noch drei Euro noch was oder so. Äh, schade. Hättest gern irgendwie noch irgendwelche Deko oder so. Das war ein teurer. Ich hab mir dann mal diese, äh, Stampin Spritzer bestellt. Weil ich ja auch, äh, gerne mal so rumkleckere. Ne? Ne? Das kennt ihr. Und dachte mir so, probierst du die Maus? Hier kannst du ja entweder Wasser reinfüllen oder Farbe oder halt verdünnte Farbe oder andere Sachen. Ne? Was man halt spritzen kann, ne? Und da hab ich mir jetzt die beiden mal dann einfach mitgenommen. Äh, äh. Äh. Ich find das eine ganz niedliche Sache. Ich bin gespannt, wie die sich so tun. Zur Not nehm ich die für mich, für den Sommer, dass ich mich berieseln kann. Das wär auch nicht schlecht. Ha, ha, ha. Äh, ja. Genau. Bin gespannt drauf. So. Ihr Lieben. Das war's. Wie gesagt, es fehlen zwei Sachen. Leider hab ich was Falsches bekommen. Muss ich gleich mal anschreiben. Paket liegt ja leider schon seit Samstag hier. War nicht da, aber egal. So. Also, das waren so die Sachen, die ich mir als erstes bestellt habe. Äh, bei manchen Sachen, ja. Wenn ich das jetzt so sehe, bin ich mir fast ein bisschen unschlüssig. Warum? Ich dann das andere rausgenommen. Ah, egal. Das ist auch sehr, sehr schön. Und bin gespannt, was man so alles Schönes draus machen kann. Wenn man das so sieht, ist es doch eine ganze Menge. Na, das nur nicht. Das lege ich jetzt nicht extra hin. Das Papier liegt jetzt neben mir. Also es ist doch schon ein Haufen an Zeug, womit wir jetzt wieder schöne Sachen machen können. Ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt mir ja mal sagen, was ihr schön fandet. Was ihr euch auch bestellen würdet wollen. Oder wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich immer gerne fragen. Das wisst ihr. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Mal sehen, was wir als erstes verwenden. Haha. Tschüss. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020